Darf's noch ein Problemchen mehr sein? Yassin chillt mit Melody und da kommt Mias Blut natürlich zum Kochen. Die Melody fand ich eigentlich am Anfang ganz cool, aber ich weiß nicht, ob es am Alkohol liegt, aber jetzt plötzlich ist sie hier so zatschen mit Yassin. Belli, ja? Sorry, gib dir schnell eine Szene, wo wir machen. Geht Yassin einen Meter, geht sie auch einen Meter, geht Yassin auf den Klo, muss sie auch auf den Klo, geht der Hund am Pool, muss sie auch auf den Klo. Belli soll die Lage jetzt mal unauffällig checken. Weisst du, noch nie ist der Typ am Morgen aufgestanden und direkt im Pool. Es gibt so ein kleines Melody, Yassin Miradrama. Ich bin eine chill Frau. Weisst du, ich übertreibe sie nicht, du kannst mit Frauen reden, du kannst auch mit Frauen rausgehen, aber Tachi ist so etwas, bei Yassin, das eigentlich gar nicht ist. Grenzwertig, ja. Aber ich weiß nicht, ob es so passt. Das ist so, du bist Tachi, aber ich sehe ja, dass er bei allen so ist. Ja. Er ist ja nicht nur zum Beispiel bei einer gewissen Person Tachi, dann hätte ich schon etwas gesagt. Aber weil ich ja gesehen, dass er bei allen Tachi ist, auch bei Typen und so, ist so, ja, es ist halt einfach er. Ja. Es ist manchmal schon ein bisschen heftig zwischen Yassin und Melody. Zum Pickelkriegen. Komm mal ein bisschen näher, das ist ein Pickel und ich muss ganz dringend den Ausdrucken. Danke. Wo ist der gross? Schon ein kleines bisschen. Ah. Danke. Das war doch schön. Perfect day. Okay. Das hat ein Gefühl zum perfect day. Danke schön. Komm mal. Aber wenn du schon weisst, dass ich mich unwohl fühle und er hat es gemerkt, du kannst mir nicht sagen, er hat es nicht gemerkt, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn er die ganze Zeit an ihrer Club geht. Ja. Ich fühle mich einfach unwohl. Ich finde es nicht cool, Bro. Fertig. Und ich weiss auch nicht, ob das viel verlangt ist, wenn ich das von einem Typ verlange hier und durch. Ich verstehe dich mir total gut. Ich bin das Richtige, so wie es ist. Ich kann dich gut leiden. Ich dich auch, Melo. Ohne Witz. Du bist aber voll der besondere Mensch. Du bist gerade Männer, die so sind. Wie meinst du? Du bist voll positiv und keine Ahnung. Du bist ein guter Typ, Mann. Dankeschön. Freut mich. Du hast ja auch gesagt, als erster Scheinungsbild gibst du jetzt schon was her. Aber du bist ja so voll die süße Maus. Da freut sie sich die süße Maus. Bis runter an ihr Würzel. Ich freute sie auf jeden Fall diese Nacht im Auge. warriorsternachstück. Das war's. Die Süße Maus. Ich versuchte sie auf jeden Fall. Ich versuchte sie auf jeden Fall. Dann wäre doch einfach dassel. Du bist so voll. Dann wäre ich das sehr gut. Ich versuchte sie auf jeden Fall.